So, hallo allerseits. Sonntag, der 25. Februar 2024, Finaltag des Partei International Beach Football Turniers. Es ist heute Sonntag, der 25. Februar und ich bin hier, um die Finals zu sehen und euch ein paar Eindrücke zu geben. England gegen China bei den Social Teams, also die Amateure, sag ich mal einfach, und Russland gegen Japan bei den Professionals, bei den Elite-Teams. 19 Uhr und danach dann die Siegerehrung, Trophäenverleihung und Beantwortung der Frage, who are the champions? Im Moment startet gerade das Spiel am Platz 3 hier. Solveen gegen Thailand. So, und nun geht das Finale los. Die Mannschaften marschieren gerade ein. Links England, rechts England. Das ist also die Social Group-Kampfrichter. Der gibt hier die Zeigen. So, das war... Also, hier muss ich improvisiert sein. Das war auch der Anstoß, die haben wir jetzt verpasst. Der erste Angriff der Schiene. Ja, das war das 1-0 für China. Ja, das war das 1-2. Beim Finale. Die Finals sind 3x12 Minuten. Im Gegensatz zu den anderen Spielvorherrwanns. 2x12. Hier also 3 Drittel. So, nun ein Anstoß zum zweiten Drittel hier. So, das war der Anstoß jetzt zum zweiten Drittel. Das war der Anstoß jetzt zum zweiten Drittel. accumulate das 1-0 für die ganzeABinden. Fбоben Und das war der Titel. Vielen Dank für's Zuschauen. Ja, und mit dem Ende des Spaßbrenners, 3 zu 2 für China. So, auf geht's in die letzte Runde hier im Finale zwischen England und China. Etwas sehr turbulent. Ja, das war 3 zu 3. Es bleibt spannend hier. Ja, das war 4 zu 3 für England. Ja, das war 4 zu 4. 5 zu 4 für England. Ja, das war 3, 2... ...teint.